Wie könnte ich es wagen, an Ihren Worten zu zweifeln? Aber wäre in England noch jemand mit Ihnen vergleichbar, wie kommt es dann, dass weder die Polizei noch die Öffentlichkeit von ihm gehört hat? Ganz zu schweigen von mir. Oh, er hat sehr wohl einen Mann, in seinem eigenen Kreis. Sein eigener Kreis? Der Diogenes-Club. Er ist einer der merkwürdigsten Clubs in London, und mein Bruder ist einer der merkwürdigsten Menschen. Ich glaube, Sie treffen ihn gern mal. Aber natürlich! Und wäre es nur als Beweis, dass er wirklich existiert? Sie werden ihn treffen. Heute Nachmittag. Er stieß auf ein höchst faszinierendes Problem, von dem er meint, es interessiere mich. Aber weshalb braucht Mycroft Sie, wenn er selbst ein so großer Detektiv sein könnte? Würde die Kunst des Detektivs damit beginnen und enden, dass man im Sessel sitzt und lo gestenkt, wäre mein Bruder der größte Kriminalist unserer Epoche. Was mir zum Lebensunterhalt dient, wäre für ihn das verlockende Abenteuer eines genialen Amateurs. Doch er hat keinen Ehrgeiz und ist auf seiner Art Träge. Wovon lebt Ihr Bruder dann? Er hat auch noch ein großes mathematisches Talent. So führt er die Bücher einiger Regierungsbehörden.